Top 5 der besten Apple-Geschenkprodukte, an Español, los 5 mejores productos de regalo de Apple. Ich bin sehr zufrieden mit dem Zumsai 3 in 1 Faltbar kabelloses Ladegerät. Es ist einfach zu bedienen und sieht sehr ansprechend aus. Besonders praktisch finde ich, dass es kompatibel mit iPhone 14, 13, 12, 11 Pro Max Mini XS XR, Wireless Charger für iWatch 876C, 5-4-3-2, AirPods Pro 2, 3 ist. Der Magnet hält alle Geräte sicher an ihrem Platz und verhindert ein Verrutschen oder Herunterfallen. Außerdem ist es sehr praktisch, dass das Ladegerät faltbar ist und somit sehr platzsparend verstaut werden kann. Insgesamt eine klare Kaufempfehlung. Ich habe den Apfelblütenblumentee von Plantgift ausprobiert und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Der Tee hat nicht nur einen angenehmen Geschmack, sondern hilft auch bei meiner Akne und reduziert meine Sommersprossen. Das Produkt ist zudem biozertifiziert, was mir sehr wichtig ist. Ich habe das Gefühl, dass ich meinem Körper etwas Gutes tue, wenn ich diesen Tee trinke. Die Verpackung ist auch sehr ansprechend und praktisch. Ich kann den Apfelblütenblumentee jedem empfehlen, der eine gesunde Tee-Alternative sucht. Ich habe den Apple AirTag gekauft und bin wirklich begeistert von diesem Produkt. Es ist einfach zu installieren und hat eine hervorragende Verarbeitung. Die Verfolgung meiner Schlüssel oder Tasche ist nun sehr einfach und ich kann sie schnell finden, wenn ich sie brauche. Das Design ist auch sehr ansprechend und passt gut zu meinem anderen Apple-Geräten. Die Batterie hält lange und der Preis ist angemessen. Ich kann den Apple AirTag auf jeden Fall empfehlen und werde ihn auch in Zukunft für andere Gegenstände nutzen. Ich liebe meine Apple AirPods Pro mit MagSafe Lade Case. Das Design ist einfach unglaublich und die Akkulaufzeit ist auch sehr gut. Der Sound ist kristallklar und lebendig und die aktive Geräuschunterdrückung funktioniert wunder, wenn ich mich auf meine Arbeit konzentrieren möchte. Das MagSafe Lade Case ist auch sehr praktisch, wenn ich meine AirPods schnell aufladen muss. Ich würde diese Kopfhörer jedem empfehlen, der ein tolles Hörerlebnis mit tollen Funktionen sucht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Ich habe die Apple AirPods mit dem kabelgebundenen Lade Case gekauft und bin absolut begeistert. Die Klangqualität ist unglaublich klar und die Verbindung mit meinem iPhone funktioniert einwandfrei. Ich liebe auch die Tatsache, dass sie so einfach zu bedienen sind, sobald ich sie aus der Hülle nehme, verbinden sie sich automatisch mit meinem Telefon. Die Akkulaufzeit ist auch hervorragend und ich kann sie den ganzen Tag lang tragen, ohne dass ich sie aufladen muss. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde sie jedem empfehlen, der nach kabellosen Kopfhörern sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.